Lenny. Hä? Ich mach nächste Woche eine große Geburtstagsparty. Willst du auch kommen? Klar komm ich. Wie alt wirst du denn? Eine Dame spricht nicht über ihr Alter. Eine Dame? Na Entschuldigung, dass ich gefragt hab. Aber wie viele Leute willst du denn einladen? Gute Frage. Also, außer dir lade ich noch meine drei besten Freundinnen ein, von denen jede einen weiteren Freund mitbringen kann. Was? Die haben schon Freunde? Dann sind die für mich nicht mehr interessant. Aber du hast doch schon mich. Äh, ja. Und wen lädst du noch ein? Meinen Bruder. Und du darfst noch deine Schwester mitbringen. Meine Schwester? Na, wenn's unbedingt sein muss. Und wie viel sind dann von dir insgesamt eingeladen? Ja. Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Ich bin da ganz rausgekommen. Wie viele Leute hab ich zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen? Also, Nelly, seine Schwester? Ja, wie... Aber du zählst nicht, gell? Wieso? Weil du dich nicht selbst einladen kannst. Ach so, alles klar. Gut. Also, wie viele dann? Einfach malúsica. Für mich22.